Es ziehen aus weiter Ferne drei Könige einher. Sie kamen von drei Bergen und fuhren über das Meer. Die heiligen drei Könige kommen von fern. Sie bringen die Botschaft, es führt sie um einen Stern. Wir heißen Kasper, Melchior und Balthasar und wissen, wie es damals war. Der helle Stern zog vor uns her, sein Licht vergesse ich nimmer mehr. Wir brachten ihm Geschenke dar, wie es damals üblich war. Weihrauch, Gold und Myrrhe sind Geschenke für ein Königskind. Frieden sei in eurem Haus für alle, die gehen ein und aus. Und so bitten wir euch nun um Gaben für Menschen, die wir es weniger haben. Dieses Jahr sammeln wir Geld für Südindien. Und wir freuen uns natürlich über jede einzelne Spende. Wir wünschen euch ein schönes, gesegnetes neues Jahr. Wir danken euch herzlich, Gott schenke euch Glück. Die Frieden, Gesundheit und stets frohen Glück. Dies sind unsere Wünsche, die bringen wir da. Dies wünscht euch zum Neuen, die Sternsinger stark. Amen. Amen.